Ah, ohne T-Shirt! Yes! Heute aus der anderen Perspektive. Sehr schön, doch nackt da hier. Der Fug? Und ich gebe zu, ich habe mir einen Orbum eingefangen. Dann guck, dass er nicht dein Gehirn auffrisst. Miep, da hupt's. Und da springt irgendwas nicht an. Ach, Bruder, was ist denn bei dir schon wieder los? Der ist wahrscheinlich auf dem DMP-5. Man versteht einfach gar nichts. Ich war bis gerade eben bei uns unten auf dem Dorffest. Auf dem Dorffest? Ja. Hm. Da war sogar der Typ, für den ich die Webseiten gemacht hab. Und? Hast du jetzt mein Geld bekommen? Ja, ja. Hä? Mein Geld hab ich denn schon angeht? Ähm, er hat, er hat, er hat zu mir gesagt, ähm, er kriegt's, er kriegt's jetzt, er kriegt's jetzt hin, je mehr er macht. Mal sehen, wenn die nächste E-Mail kommt mit. Ich hab die Seite gelöscht. No. Vielen Dank für dich.